losti frothorum stümke heißt dieser schicke erdfarbschecke und er ist ein verkaufswert vom bockholz diejenigen unter euch die viele meiner videos bereits gesehen haben werden ihn kennen von seinem ersten video aus dem juli losti ist im juni zu uns gekommen und der war sehr ängstlich im umgang und hatte angst vor allem was mit dem menschen zu tun hat daran haben wir jetzt die letzten monate gearbeitet dabei hat uns die reitschule im herbst sehr viel geholfen denn dort ist er täglich mit im reitunterricht und auf die touren gegangen er wurde mehrfach täglich geholt aus der herde und wieder herein gebracht und er hat gelernt den menschen zu vertrauen losti ist jetzt ein zuverlässiger freundlicher freizeitpartner mit seinem stockmaß von 1 meter 50 seiner großartigen farbe und den schönen gängen bei ihr ruhigem temperament ist losti zu einem fantastischen freizeitpartner geworden der erst siebenjährige wallach verkörpert alles was ein schönes reitpferd braucht vier klar getrennte gänge mit schönen bewegungen die sicherlich turniertauglich sind sowie die ruhe und das gemüt eines schäfchens er ist so lieb und er versucht alles richtig zu machen losti ist ein richtiger schatz inzwischen schockt ihn überhaupt nichts mehr nichts was außenrum passiert und nichts was auf ihm drauf geschieht man kann ihn freihändig galoppieren und mit den armen wedeln er töltet und trabt er ist dressur mäßig bereits sehr schön geritten und es macht einfach nur noch spaß mit losti wir haben sehr viel freude an ihm wenn er euch genauso gut gefällt wie uns dann meldet euch gerne wenn ihr ein pferd möchte was groß ist und schön und bequem zu sitzen mit tollen gängen und was einfach vor gar nichts angst hat dann seid ihr bei losti genau richtig meldet euch gerne die daten dazu findet ihr oben rechts im video und jetzt noch ganz viel spaß mit diesem besonderen pferd losti vor vor römsdünkel bis zum nächsten mal Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018